Ich kenne das an. So, ich bin schon an. Hey, Kollege! Heute ist es wieder soweit. Das große Event. Heute streamt er wieder um 18 Uhr. Ich bin schon richtig aufgeregt. Ich schaue mir jetzt auf jeden Fall an. Ich lese, ich soll auch wieder was machen. Ich hab's verstanden. Ich mache auch bald wieder was. Ich werde wieder so ein Spiel spielen. Ich werde was Schäden spielen, was Gutes. Ich hab einfach manchmal Probleme. Ich kann nicht so lange Videos machen. Das tut weh, wenn ich spreche. Aber ich will den Dumbaba noch ein paar Folgen von mir auf den Kanal klatschen. Das ist baggert bei denen. Das ist baggert. Egal, das ist ein anderes Thema. Alle Hopkinas. Schaut auf jeden Fall rein. Beim Dumbaba bleibt oben im Twitch. Der spielt wieder einen Counter-Strike. Und ja, mal gucken, ob der so weh. Der jetzt verliert letztes Mal. Der Vollidiot. Der, das stimmt! Enseheben? Der, das stimmt! Ich Move.